So, das Übungsvideo. Wir teilen jetzt mal nur durch dreistellige Zahlen zu Anfang. Also zu Hause schreibt ihr diese Aufgabe ab, drückt den Pause-Knopf und macht die Aufgabe fertig, rechnet die aus. Wir drücken hier auf Pause, rechnen die Aufgabe aus und dann, wenn ihr sie fertig habt zu Hause, dann klickt ihr auf Weiter und dann können wir die ganze Aufgabe sehen als Lösung. Gut, Pause. So, hier hat es jemand ohne Überschlag probiert. Ich hätte die Überschläge hingeschrieben, dementsprechend gab es drei Versuche. So etwas passiert. Aber, was spricht denn dagegen zu sagen, hier, ich schreibe hier 2858, dann mache ich einfach 2800 draus und hier teile ich einfach durch 600. Dann kann ich die Nullen wegstreichen, paarweise und sage, die 6 in die 28 passt 4 mal, denn 4 mal 6 ist 24. Und dann ist man nämlich viel schneller. Bei der 8 ist das dann eine ähnliche Sache. Dann hieße ja diese Aufgabe hier, 4800 durch 600. 593, immer aufrunden grundsätzlich gegen alle Rundungsregeln, aufrunden in Divisor. Und dann sieht man, das geht nämlich ganz schnell 8 mal rein. Das ist diese 8 und so weiter. Also, kann ich nur empfehlen, es so zu machen. Wer es nicht macht, der macht sich das Leben schwer. Jetzt machen wir hier mal Pause und dann geht es weiter. So, diese Aufgabe wurde so gelöst. Macht man keinen Überschlag. Es ist sauschwer. Hier haben wir zum Schluss 29.568 zu 29.000 sicherheitshalber gründet, haben es aber gewagt und haben gesagt, das müsste 6 mal passen. Und es hat ja auch 6 mal gepasst. So, nächste Aufgabe folgt gleich. So, nächste Aufgabe wieder mal ein dreistelliger Divisor 549.746, abschreiben die Aufgabe durch 874. Es kommt irgendwas ohne Rest raus. Abgeschrieben, Pausen, Taste drücken. Wir melden uns dann auch wieder. So, jetzt hätte ich beinahe vor Freude den Namen gesagt. Wir gucken uns nochmal diese Aufgabe an. Ich mache das mal mit Highlighting hier. Hier oben einen Strich drüber zu machen, hier. Dient der Übersicht, wenn man nur eine Farbe hat, um zu sagen, ich nehme hier diese Stellen. Jetzt haben wir hier ganz locker gesagt, 5000 durch 900. Geht. Ist 5 mal. Ich weiß nicht was. Achso, das war daneben geschrieben. Ist 5 mal. Stand hier eine 5. Hier, haben wir die 5 wiedergefunden. Haben aber beim Abziehen gemerkt, dass hier noch was übrig ist. Und ganz selbstständig haben wir gesagt, okay, dann nochmal einen mehr. Hier wird sich dann später die 6 auch ergeben. Das ist ein bisschen die Unsicherheit beim Schreiben, wenn man das erste Mal hier rechnet. Also, finde ich auch nicht schlimm. Ich mache mal den Strich noch schön drunter. So. Und dann ging es so weiter. Also, plötzlich blieb noch was übrig, wo die 874 nochmal reingepasst hat. Und zwar, das ist diese Stelle hier. Hier an dieser Stelle hat die 874 nochmal reingepasst. Deswegen haben wir die 1 nochmal genommen. Direkt einmal 874 abgezogen, dann blieb das übrig. Nächster Versuch. 2. Okay, das ging auch ganz glatt nach dem Abziehen. Und zum Schluss haben wir gemerkt, ach, das hätte nicht 8, sondern es hätte noch einmal mehr reingepasst. Das ist jetzt diese Stelle hier. Hier. An der Stelle nach dem Abziehen war es die 8 und nochmal 1 dazu. Und so setzt sich dann das Ergebnis zusammen. Wichtig, wenn ich mir hier diese Rundungen angucke, die helfen mir zu rechnen. Denn 50 durch 9 kann jeder ganz schnell. 25 durch 9 kann jeder ganz schnell. Und so weiter. Und das hier zum Schluss dann 80 durch 9 8 mal rauskam, das war ein kleines bisschen Künstlerpech, aber das haben wir sofort wieder bereinigt. Einwandfrei, fein gemacht. Ich mache mal kurz Pause. So, leider sind jetzt bloß noch 5 Minuten und solche Aufgaben dauern und mal mindestens 5 Minuten, weil sie so groß sind. Wir machen dieses Übungsvideo mal dicht. Viel Spaß beim Üben zu Hause. jump roze. Tonika